Au, Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Turok. Ich suche hier verzweifelt nach einem Schalter, damit ich dort hinten die Munition mitnehmen kann, aber pfff, wieder mal stelle ich mich doof an und finde das nicht. Ja, klar, mit dem bisschen Leben komme ich halt nicht weit, ne? Nicht so, ne? Käse. Ja, und jetzt da wäre es echt gut zu laden. Ehrlich gesagt, ich habe keine Leben mehr. Also nochmal hier bis hierher spielen, das wäre vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Ja. Mit dem bisschen Leben, was wir haben. Jetzt müsste er gleich kommen. Was, der Zweite müsste auch schon kommen. Au, natürlich trifft er mich. Passt. So. So, hoffen und beten. Passt. Hat hingehauen. Bin leider nicht ganz so fit wie gehofft. Und er hofft. Aber das muss jetzt weichen. Oh, wow. Das war jetzt nur Glück. Leck mich an. Und so weiter. Das war jetzt alles nur Glück. Schalter. Autoschrotflinte. Aha. Haben wir ein Upgrade für die Schrotflinte bekommen. Das habe ich auch total überlesen. I'm so sorry. Schweinchen, wo bist du? Sehr gut. Hey, wo ist das Schweinchen hin? Da war doch ein Ferkelchen. Da. Gib nur Herd ein, die Leben. Hey, hallo. Oh. Oh, Munizchen. Nehme ich auch gleich mit. Sehr fein. So. So, zweimal. Dreimal. Jawohl. Na, würdest du verrecken? Wow. Das ist echt wenig Leben. Au. Ich leg sie weg. Wow. Fast. Viech ist hin. Leben kriegen wir. Aber nicht viel. Wow. Das ist echt wenig. Richtig wenig Leben. Alter. Jetzt wäre es vielleicht doch klasse, die Karte zu nehmen. Vielleicht finden wir auf diese Art und Weise den Schalter an. So. Also, ich denke halt, dass es ein Schalter ist. Ich hoffe halt. Das wäre echt schön, wenn wir da rein dürften. In diese Munitionskammer. Hm. Haben wir noch irgendwas? Pfeile. Schön. Wir haben nichts mehr. Sehr gut. So. Da kommt Freude auf. So. Endlich ist noch so ein Gratler. So. Jetzt müssen wir da nochmal Ruhe haben. Ach so. Da unten war ich nicht, ne? Na, hier ist auch kein Schalter. Wow. Nichts wie weg. So. Hörst du auf? Au. 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 Okay. Ich will da rein Bitte Aber wir Ich habe keine Ahnung Aber wie Wie schaffen wir das Da sind drei solche Dinger Und da sind wir schon wieder draußen Das ist ärgerlich Ich will da rein Gratler Ob es vielleicht auch Schalter an den Wänden gibt Aber das wäre ja Blödsinn Man spielt ja einen Shooter Und da sollten solche Dinger Eigentlich am Boden sein Keine Ahnung Ich bin eh sowieso schon wieder kaputt Ich könnte eigentlich schon wieder Lade Weil wenn ich da rausgehe Ohne Munition und nix Komm ich halt nicht weit Das ist wirklich komisch Das ist richtig komisch Au Ja war klar Warte Da werde ich wieder laden Denke ich mal Mann 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 Ich denke ich werde einfach durchrennen Jetzt in Zukunft Und nur niederballern Was notwendig ist Glück gehabt Ich habe ihn nicht gesehen So Stürm 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 So Passt Au Du Gratler Du Schiecher Jetzt muss ich Schauen Dass ich da jetzt gerade irgendwie durchkomme Ganz hurtigen Schrittes So Passt Ein bisschen Rüstung habe ich jetzt Schweinchen So So Horuk So Passt So So Auch noch Passt Passt Puff Sehr gut So Nachladen Passt Und weiter geht's Na würdest du krepieren Danke Ja ja Natürlich Oh schau Könnte ich speichern Tja Ach wie blöd Ah wie doof So Nochmal Oh Da kommt er mich schon entgegen Wie praktisch Achso na Das sind die Gegner von unten Das ist jetzt doof Jetzt habe ich die Munition Dann nehmach Wow Genau Munition Passt Passt Nein Nein schade Munition Kommt hier keine mehr nach Das ist echt schade Da hätte ich schon noch was brauchen können So Ein Magazin Dann nehmen wir auch mit Das nehmen wir auch mit Das erledigt Das nehmen wir auch mit Haben wir da noch irgendwas Noch ein Demo Wenig Leben Wenig Rüstung Alles super Bravo So Jetzt müssen wir hier fertig sein Gibt es da ganz oben noch was Kann man da hoch Nein Nein Dann gehen wir halt wieder über die Brücke Wow Ja siehe falle wieder runter Ist ja logisch Ne Wir speichern halt noch einmal Jetzt gesagt Ich weiß nicht über die Brücke Ist ja logisch Ist ja wieder super Ne Das ist ja lustig Lustig Und heiter La 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 Alter Muss schnell durch hier Lauf Nimm die Beine in die Hand Jetzt müssen wir den Haufen Viecher besiegenen Aber ich werde jetzt einfach durchstürmen Das ist ja wurscht Tschüss Tschüss Ich hab's eilig So Jetzt Langsam So jetzt geht's Ach ja Ja Passt Schön Karte wieder Ich hab nach wie vor Keine Ahnung Ähm Au Au So So Wollte ich sagen Ich hab keine Ahnung Wo dieser depperte Schalter ist Dieser blöde Mistschalter Aber wer weiß Ob es überhaupt einen gibt Ne Es muss ja nicht zwingend sein Dass es einen gibt Ja Die geht auch noch Alter Du brauchst ja nur eingehen Oh Wer will das was treffen So Aha Okay So Geht mal raus 34 Leben noch Aber es ist halt wirklich ärgerlich Dass man hier nicht reinkommt Würdest du Danke Na Gute Nacht Was haben wir denn noch Neun von denen Mhm Gut Ja und jetzt Ja und jetzt Die Hammer Und jetzt Darum Tore was Ins Wasser Äh Äh Hä Das kann stimmen Das kann stimmen Wow Sehr gut Endlich wieder Munition Wie schön Ach Leben ist nicht so schön Aber Wir haben schon mal wieder Was zum Ballern Zauber gemacht Neben Irgendwo Jein Warte Da geht es irgendwo rauf Glaube ich Ne Dreht sich das hier aus Nö Na Kann es nicht ausgehen Ihihihi Fast So Meine Frage ist jetzt Wie gucken wir da rauf So Mit springen Auf keinen Fall Ah Da drüben Doch hier glaube ich Oder Nicht Hä Jetzt bin ich Leicht Überfragt Bist du Unhört Da wäre es am flachsten Von allen Wo sind wir da Aha Da waren wir auch schon Hach Ich hier rauf Wollen Kann man Da tauchen In den Drehn Nö Da kann man nur laufen Hä Ähm Jetzt bin ich total Ah Aha Okay Hier kann man schwimmen Alles klar Zack Vorbeigeschwommen Gleich ein In die Fresse So Hoffentlich Kann man da Rechtzeitig Wieder raus Hier Können nämlich auch Superklasse Vorbeischwimmen Tap 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 So Bäm Bang Bäm Bäm So convuff Bäm Bam So. Gut, wir haben... Ein F hier. Tut mir leid für dich, F hier. So. Oh. Ups. Den habe ich auch ganz aus Versehen. Umgehauen. So. Von da sind wir gekommen. Da ist nichts an Leben. Was haben wir da? Da waren wir auch schon. Okay, es geht mit den zwei Welten, so wie es ausschaut. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Nur, ich meine, das ist eh viel, ne? Hüüpf. So. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Und? Yay! Super, Kapitel 2 haben wir geschafft. Ha, wie schön. Das heißt, wir können speichern. Sehr gut. So, yeah. Äh, ich würde sagen, ich gatsche das hier oben drauf. Sehr gut. Bravo, Kapitel 2 haben wir geschafft. Wie schön. Ah. Das heißt, wir könnten das Dritte uns anschauen, ne? Bist du das Dritte? Warte, ich mache mal das weg. Was bist du? Sieben. Fünf. Was haben wir da? Vier. Sechse. Drei. Würde ich sagen, nehmen wir das. Die alte Stadt. Ui. Wir haben ja noch ein paar Minütchen. Ich schaue mir das nur mal an. Wir haben jetzt eh gespeichert. Und wie gesagt, ich schaue mir das nur mal an. Und, äh. Ja. Mal schauen, wie wir uns hier schlagen. Wie ich mich hier schlagen werde. Ich werde mich auf jeden Fall mit jemandem prügeln, ja? Schöne Musik. Das lädt ja einen glatt zum Ballern ein, oder? Das Schöne ist, dass wir die Waffen behalten dürfen, die wir gefunden haben. Hallo, du Würstel. Uaaaaaah. Jui. Ich darf nicht kommen sehen. Wow. Ach, erhitten voller Sachen. Wie schön. So, wir kommen da rauf. Es wäre jetzt echt schön, hier rauf zu kommen, irgendwie. Weil so einfach mit Hü-Hüpf. Wird das nicht möglich sein? Und da oben ist ein schönes Plusli für uns. Also nicht das Plusli für uns, sondern ein Leben. Au. Oh, gerade lasst mich hier an. Für die paar Munitionen. Arsch. Arsch. Jawoll. Was haben wir da rüben, drüben? So. So, leben, leben. Au, au, au. Dieser Kradler. Oh, weg mit dir. Bam, 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 bam. Da unten ist noch das arme Rehlein. Das tut mir sehr leid. Oh. Ja. Bam, 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 bam. Ah, ich denke mal schon hier hüpfen, denke ich mal. Gucken wir doch mal, oder? Ja. Aha, Skeletis. Boah, die halten was aus. Zum Glück könnte ich nicht schießen. Au, der da oben aber schon. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, die Musik. Echt wahr, muss man sagen. Kann man da rein? Nö. Da kann man auf. Oh, weg mit dir. Was haben wir denn da für ein schönes Level? Ach, du Heilige. Das war's. Ach so, na, das war's anders. Oh, ja. Hü-hü-pfer. Hü-hü-pf. Hü-hü-hü-pf. Hü-hü-pf. Wow. Hü-hü-pf. Da fehl ich. Ja. Wow, das war knapp. Ja. Sehr schön. Passt. Passt. Okay. Jawohl. Okay. Ja. Super. Das ist natürlich immer schmaler. Das wird immer schmaler. Ja. Der schmale Grad des Todes. Oh. Ui. Oh. So. Ja. Ja, ja. Ist schon gut. Ein Leben haben wir noch. Also ein Lebenspunkt. Gesundheitspunkt, so muss ich sagen. Wow, das war zu kurz. Na, hat gepasst. Gerade so noch. Alter Schwede, ne? Wow. Jawohl. Wenigstens das haben wir. Aber ich muss mittig rein, ne? Na, freilich muss ich mittig rein. Ich muss das nochmal machen. Ja, da drüben ist noch so ein Gratler. Noch so ein Ding. Ach, komm. Abgegelt. Boah, ey. Das ist echt nicht einfach. Also für mich halt. Ich bin so etwas ungeschickt, was sowas betrifft. So. Wow. Na. Ich dachte, ich hätte noch Platz. Nix da. Entschuldigung. So, lala. Hüpf. Hüpf. Wow. Okay, soweit geht's schon mal. Na, super. Der war zu kurz. Ah, scheiße. Scheibe, Scheibe, Scheibe. Wow. Wow. Sehr gut. Hui. So. Von Eck zu Eck. Okay. Woho. Geschafft. Supi. Kann ich hier noch hoch? Ja. Da ist noch Leben drauf. Hier und hier. Wow. Nicht schlecht, Zocki. Nicht schlecht. Habe ich es doch hinbekommen. Sehr gut. So. Da kommt schon der Nächste. Ja. Herzelein. Oh. Schwimm ich. Schwimm, schwimm. Was haben wir da? Schönes. Geht's da jetzt weiter? Ich fürchte, ja. Oh mein Gott. so. Passt. Weg ist er. Ich dafür auch gleich. Na los. Ach komm. Die Höhe schafft es nicht. Der Ernst? Hm. Wie dann? Von hier irgendwo aus? Wahrscheinlich. Nicht? Wow. Passt. So. Au. Ja, ist klar. Und der Part ist eh schon zu Ende. Dann werden wir das Label hier nochmal probieren. Genau. Also wir haben Kapitel 3. Alles gut. Nicht schlecht. Ich bin Thorok. Ja. Mit diesen Worten beenden wir den heutigen Part. So. Ich lade auch gleich nochmal. Oder soll ich laden? Ja, ist ja wurscht. Check. Wir haben zwei, ne? Oh. Da lade ich da unten. Ach so. Blödsinn. Laden. Da oben muss ich laden. So. Da haben wir nur einen, ne? Na doch, zwei. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Zwei Leben haben wir schon mal. Na gut. Ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.